Seit über 40 Jahren kümmern wir uns mit viel Liebe um das Wohl unserer Gäste. Im Hotel Haberl verbindet sich die gemütliche Atmosphäre eines Familienbetriebs mit dem Komfort eines modernen Vier-Sterne-Hauses. Das Hotel Haberl am Attersee ist ein Platz für alle, die das Besondere lieben. Von hier aus genießen Sie einen atemberaubenden Panoramablick über den See und das Höllengebirge. Bei uns wird täglich gefischt, Rheinanke, Hecht, Saibling oder Forelle aus dem Attersee werden Ihnen im Restaurant fangfrisch serviert. Die bodenständige Küche begeistert mit regionalen Köstlichkeiten und saisonalen Tagesangeboten. Maximilian Haberl berät Sie kompetent in Weinfragen. Ein besonderer Genuss sind auch unsere selbstgemachten Brände und Liköre. Im Hotel Haberl tagen Sie, wo andere Urlaub machen. Wir bieten ganzjährig eine motivierende Kulisse für erfolgreiche Seminare und Kurse. Direkt vor der Tür ist der Golfplatz am Attersee. Das sind weitere 18 gute Gründe für das Hotel Haberl. Gäste des Hauses erhalten 20% Green-Fee-Ermäßigung. Bei Bedarf stellen wir Ihnen das hauseigene Golf-Car zur Verfügung. Genießen Sie den Attersee in vollen Zügen. Hotel Haberl – Ihre Adresse zum Wohlfühlen.